So, meine Freunde, es geht weiter. Super Kessel, wenn ihr vorsteht auf dem Programm Wir gegen den Rest der Dämonenwelt. Los geht's. Der nächste Zwischenboss erwartet uns. Es ist der Tod selbst. Offenblick kriegen wir das irgendwie hin. Boah. Okay. Aua, aua, aua. Aua, aua, so ist das nix. Oh, Leute. Oh, ne. Das ist ja wahnsinnig. Ich bin zu doof für sowas, glaube ich. Was macht der? Was macht der? Uiuiui. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Nein. Oh Gott, was macht er? Gut, wir haben es ja gespeichert. Beziehungsweise, wir wollten es ja so. Alter, der ist hardcore, der Typ. Der ist so hardcore. Oh Gott. Okay, wir machen das einfach mal von dieser Seite. Okay, oder auch nicht. Help. Oh Gott. Boah. Nein. Der war ganz schlecht. Nein. Gott sei Dank, ey. Aber Simon bewegt sich. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Stage ist endlich... Oder auch nicht. Das geht immer noch weiter. Das ist ja Wahnsinn. Ich dreh völlig durch. Oh, das geht immer noch weiter, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ein bisschen Energie. Das sieht aus wie... Ey, sind wir jetzt hier beim Finale oder sowas? Okay, so werfen wir den. Ach, du heilige Kacke. Ey, sag nicht, wir sind beim großen Ende. Das sieht in der Tat so aus. Ach, du Scheiße. Oh Gott, Dracula. Da ist er, da ist er tatsächlich. Aua. Was? Ich habe ihn nicht getroffen. Kopf vielleicht. Jo, am Kopf. Am Kopf, in der Tat, in der Tat. Am Kopf trifft man ihn. Gut. Okay, ich habe ihn nur einmal getroffen. Gut. Haha. Wow. Okay, und ich bin... Ach, ne. Ich dachte schon, ich bin tot. Okay. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Gut. Alles klar. Jetzt schaffen wir. Ich glaube nur nicht in diesem... In diesem Part im Leben. Scheiße. Oh, wei, wei. Okay, Paischer 1. Gib mir Paischer 2. Gib mir Paischer 2. Gib mir Paischer 2. Jawohl, danke. So. Alles klar. Es wird Ernte. Boah, da muss ich mir jetzt eine Taktik erstmal überlegen für den Vogel. Ja. Okay, das ist keine Taktik, die ich gemacht habe. Ähm. Ne. Okay, so wird das auch nichts, weil der löst sich dann auch, sobald er mich erwischt. Was ist, wenn ich mich so böcke? Müssen wir mal ausprobieren. Wir müssen... Boah. Ne. Ach, klü, blü. Nein, auch nicht. Mann. Wie mache ich den denn? Ne. Ich komme auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall von diesen Dingen getroffen. Das heißt, ich muss ihm mehr Schaden machen, als er mir. Hm. Tja. Oh Gott. Leute, ich heule, ey. Ehrlich. Der letzte Finale-Boss. Ich gehe kaputt, ey. Heilige Scheiße, Makaroni. Hm. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, wie wir den jetzt schaffen sollen. Ne. Er zieht mir zwei, aber ich ziehe ihm einen ab. Ich bin definitiv für diesen Kerl nicht schnell genug. Oh, klü, lü, lü, lü. Ne. Ach, wie soll ich das schaffen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oh, klü, lü, lü, lü. Wow. Was macht er hier? Schieß ab. Schieß ab hat er nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holy shit, und tot. Ja. Okay. Moment. Okay, das gucke ich gleich nach. Moment, 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 Moment. Ich will gleich mal was ausprobieren, weil ich meine, ich hätte mal was von einem... Irgendwie so einem Secret-Gegenstand gesehen. Gelesen, Entschuldigung, gelesen. Aber das probiere ich gleich mal im nächsten Ding aus. Im nächsten Versuch. Okay, los geht's. Okay. Da ist er wieder, der Herr. Gut, drei Treffer ist gut. Drei Treffer ist auf jeden Fall gut. Wenn das jedes Mal so wird. Ah, sie sind wieder nur... Ah, okay, doch drei. Jetzt hab ich wieder, jetzt hab ich nur erwischt. Den werten Herren, Dracula. Ja, drei, drei. Ah, ist wenig. Reinkriegen. Wow. Das war unfair, Leute. Das war echt böse. Ja, okay. Oh. Okay, mit einem Treffer fällt er direkt runter, alles klar. Ich verstehe das. Ja, gut. Gut. Wo starte ich? Oh. So, und jetzt will ich mal was probieren. In der Tat. Oh. What the fuck? Alter. Alter Falter. Okay, warte, das machen wir jetzt mal ganz anders. Ich frage, komme ich hier wieder hoch? Ja. Ähm, kann ich hier springen? Ja. Höp. Gut. Hohoho. Gut. Damit wir jetzt diesen Weg nicht immer wieder neu machen müssen. Werde ich jetzt hier oben meinen Safestate setze, dann werden wir ihn versuchen, weil ob ich jetzt da Dinge immer wiederhole oder immer wieder unten schaue, ist eigentlich scheißegal, ne? Hier sparen wir uns einfach den Weg und dann geht's los, würde ich sagen. So. Ich schnapp, dieser Bogenkonflikt zieht diese doofe Bogenkonflikt auch mal ein bisschen mehr ab. Ja, könnte mehr abziehen, bin mir nicht sicher. Aua. Na, ich glaub, so viel zieht er nicht mehr ab, ne? Gut, aber das hat jetzt... Oh! Unfassbar, er droppt Energie. Was ist los, ey? Na, schwul. Schwul, hau ab, hau ab, hau ab! Oh Mann, Leute, jetzt funktioniert's wieder nicht hier. Kacke. Ja, alles klar, jetzt bin ich sowieso tot. Ah, das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was macht ihr denn jetzt? Zweite Phase oder sowas bestimmt, ne? Wow! Gut. Ah, das ist klar auch. Gut. Oh Gott. Was ein harter Brocken, der Typ, ey. Na, guck, der Part ist ja gleich vorbei. Sagen ein, zwei Versuchen, machen wir noch, und dann reicht's. Und dann versuchen wir uns im nächsten Part an ihm. Wow! Ja, der war ja mal ganz, ganz mies. Ja, das war, ey, das wird ja immer mieser, Ellie, Leute. Oh, Leute, jetzt wird's aber ganz schlecht. Der Part, den Versuch, kann ich eigentlich schon wieder in der Pfeife raufen, echt. Das ist doch Käse. Seriously, ey. Oh. Oh. Mit diesem Part muss ich mir auch noch... Mit diesem muss ich mir... Die Flammen, die machen ich echt wahnsinnig. Echt. Komm jetzt gar nicht mehr dran an den. Naja. Ähm. Oh. Wat'n Kack. Wat'n Kackvieh, ey. Komm, letzter Versuch. Dann ist gut, dann machen wir nächste Mal weiter. Haha, ich brauch dafür noch ein bisschen mehr Ruhe, ey. Oh. Ja, aber das war wieder so ein schlechter Versuch. Oh. Da hat er die Peitsche wieder nicht geschwungen, willst du? Na, da war doch schon wieder ein bisschen besser hier. Oh, Energie. Gibt mir die Energie. Nein. Nein. Oh. Ah. Nein, hau ab, Flamme. Mann, Flamme, geh weg. Oh, es geht wieder los. Okay. Okay, 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 meine Freunde. Wow. Wow, da ist er. Wow. Die Musik ist so episch, ne? Ich sag es euch. Alter, Kacker. Oh. Oh. Nein. Nein. Oh. Er lebt immer noch, er lebt immer noch. Nein, oh nein Oh fuck, ich hätte ihn gehabt Ey, das gibt's doch nicht Gut, Leute, nächstes Mal nochmal Haut's rein, macht's gut Ciao, ciao